Ja, herzlich willkommen heute zu unserer Fraktionssitzung. Ich habe wie immer einen Gast mitgebracht, heute unser Spitzenkandidat für Europa. Ganz kurz nochmal zu unserer Woche. Wir haben in dieser Woche keine zweite und dritte Lesung. Wir haben aber den Jahreswirtschaftsbericht, der am Donnerstag vorgestellt wird. Wir sehen durchaus, dass das mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nicht in der Geschwindigkeit weitergeht, wie das vielleicht vorher gedacht worden ist. Aber trotzdem sind die Wirtschaftsdaten immer noch sehr gut. Ich warne daher davor, jetzt anzufangen, die Wirtschaft schlecht zu reden. Das entspricht nicht der Realität. Aber natürlich ist es so, dass wir, wie ich es auch Anfang der Woche gesagt habe, eine Renaissance der Wirtschaftspolitik brauchen. Wir sollten die Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichtes zum Anlass nehmen, um unser Land zukunftsfest zu machen. Und dabei denke ich nicht nur an den Bereich Unternehmenssteuern oder an den Bereich Energie, die diskutiert werden, sondern insbesondere auch an viele, viele andere Maßnahmen, um den Standort zu stärken. In der Technologiepolitik, in der Weiterbildung, in der Standortpolitik, im Außenhandelsbereich. Und damit bin ich dann auch gleich schon bei der Überleitung zu Manfred Weber, weil beispielsweise Außenhandel und auch Technologie eine Sache ist, die wir nicht alleine in Deutschland hinbekommen, um den Standort zu sichern, sondern dafür brauchen wir Europa. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass jetzt, bevor der Wahlkampf beginnt, bevor wir in die heiße Phase hineinkommen, bevor ein gemeinsames Programm erarbeitet wird, unser gemeinsamer Spitzenkandidat heute bei uns in der Fraktionssitzung ist und seine Ideen auch nochmal vorstellen wird, der gemeinsame Spitzenkandidat von CDU und CSU. Das ist sehr, sehr wichtig. Und Manfred, ja, jetzt bist du dran. Ja, ich bedanke mich fürs Willkommenheißen, für die Gelegenheit heute im Kreis der CDU-CSU-Bundestagskollegen darüber zu sprechen, wie wir in dieses Wahljahr 2019 starten, wie wir uns programmatisch aufstellen. Ich habe die große Ehre, sowohl von der CSU als auch von der CDU als Kandidat, Spitzenkandidat für die Europawahl nominiert worden zu sein und sogar europaweit anführen zu dürfen, Nachfolge von Jean-Claude Juncker anzustreben als Präsident der Europäischen Kommission. Und die erste Frage, die wir in diesem Wahlkampf zu beantworten haben, die die Menschen in diesem Wahlkampf zu beantworten haben, ist, glauben wir weiter an die Partnerschaft auf dem Kontinent, auf das Miteinander auf diesem Kontinent, weil es genug Kräfte gibt, die zurück wollen zum Nationalismus und Europa zerreißen wollen, zertrennen wollen. Und da bleibt in Deutschland die Faktenlage und die politische Lage klar. In Deutschland gibt es eine Brexit-Partei, das ist die AfD. Sie stellt die Möglichkeit in den Raum, dass Deutschland die Europäische Union verlassen kann und wer das ernsthaft erweckt, der spielt mit dem Schicksal von Millionen von Menschen und mit dem Frieden auf diesem Kontinent. Und deswegen stehen wir als CDU-CSU für Stabilität und andere wollen leider Gottes einen Weg der Unsicherheit und der Instabilität gehen. Und das Zweite, was wir dann machen werden, ist Programmatik anbieten, zu zeigen, was ein christdemokratischer, christsozialer Weg für Europa ist, was ihn ausmacht. Und da möchte ich direkt anknüpfen an die Frage Wirtschaft, weil es ein Thema ist, das die nächsten Monate sicher stärker auf uns zukommen wird. Und da möchte ich ganz konkret ansprechen, dass wir in der Frage der Webwerbspolitik andere Akzente setzen müssen. Wir haben derzeit die Frage Siemens und Alstom auf dem Tisch, ob die beiden Betriebe miteinander fusionieren können und einen Global Champion entwickeln können im Bereich der Zugtechnologie, ähnlich wie bei Airbus im Flugzeugbereich, im Zugbereich einen ähnlichen europäischen Global Champion zu entwickeln. Und da ist die EU-Kommission derzeit skeptisch dem gegenüber. Ich bitte, dass die EU-Kommission da ihre Skepsis aufgibt. Wir müssen europäische Champions entwickeln, die gegenüber den chinesischen Mitbewerbern wirklich wettbewerbsfähig sind. Europa muss da Stärke entwickeln, muss Größe entwickeln, damit wir Arbeitsplätze und Technologie-Know-how in Zukunft in Europa halten können. Dafür stehen wir, für wirtschaftliche Prosperität, für wirtschaftliche Zukunft. Und das werden wir im Europawahlkampf auch lebendig und mit viel Lust auf Zukunft nach außen tragen. Ja, und da Bundespolitik auch Europapolitik ist, das haben wir uns ja als Fraktion auch entsprechend vorgenommen, wollen wir Manfred Weber, wollen wir das ganze Team natürlich unterstützen und freuen uns auch darauf, gemeinsam in den Europawahlkampf zu gehen. Vielen Dank!